Hallihallo Hallöchen liebe RambazambaTV Freunde heute mal wieder ein Videodeal mit dem Firti. Da habe ich euch was ganz tolles rausgesucht nach dem Motto es werde Licht. Schau mal wir stecken mal hier einen Stecker rein. Herr Sprach es werde Licht. Schau mal hier ein LED Stripe von Grundig. Schöne LEDs. 240 Stück sind dran. Ein M3 Klebeband zum selbst befestigen. Kann man in die Küche bauen, ins Bad, um den Fernseher drum herum, an Regale bauen. Also Ideen sind da ohne Eng. Und das Schöne ist, guck mal hier die LED Stripes kann man immer an solchen Punkten trennen. Das ist immer aufgezeichnet. Da sind so Scheren drauf. Da kann man es trennen. Ich habe auch hier mal die Verpackung. Schaut mal. Vier Meter lang das ganze. Eins, zwei, drei, vier Meter. Bis hier hinten ist das Ding lang. Wir haben es mal hier auch ausgerollt. Schaut mal. 240 LEDs. Indoor und Outdoor Benutzung. Aufklebbar mit M3 Klebeband. Hier auf der Rückseite. Ist mal schön beschrieben, was man so alles damit tolles bauen kann. Treppenstufen auch. Das kann verbinden und aufkleben und wie gesagt an den richtigen Stellen einfach durchkneifen. Das ganze natürlich energiesparend. Echo. Von Grundig. LED Stripes vier Meter lang. Machen wir euch ein Paket. 9,99 Euro. Das heißt beide zusammen 19,99 Euro. Ich packe euch nämlich noch ein zweites dazu. Wir haben es mal gegoogelt. Im Internet kostet ein Paket 15. Das zweite 30 Euro. Hier 10 Euro gespart. Also 9,99 Euro. Und das dazu 19,99 Euro. Beide zusammen. Plus Versand natürlich. Und damit der Versand euch auch nicht schmerzt, gibt es den Versandskosten Schmerzminderungsbeitrag. Warte mal. Ach ja, guck mal. Eine Stirneinbauleuchte. Ist das geil? Nein, natürlich Quatsch. Keine Stirneinbauleuchte, sondern eine Helmlampe zum Beispiel. Zum werkeln, wenn ihr das Teil einbauen wollt, ist ja dunkel. Macht euch das Ding dran und dann könnt ihr schön arbeiten. Ein paar Batterien lege ich euch auch noch dabei. Die gibt es nochmal dazu. Im Wert von 5 Euro für euren Versand. Jetzt vorne, hinten, oben, unten, klicken, Bestellformular ausfüllen und Abfahrt, Rechnung abwarten, bezahlen und dann ist der Deal unterwegs zu euch. Bis bald.